Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute... Oh, Dankeschön! Das Brot hat in sehr vielen Kulturen eine sehr große Bedeutung und es wird ja auch zum Beispiel bei uns im Bereich als Grundnahrungsmittel angesehen. Allerdings würde ich sagen, aufgrund dieses sehr hohen Herstellungsprozesses und Aufwandes, die man braucht, um so eine Semmel zum Beispiel herzustellen, würde ich es einfach auch weglassen, zusätzlich dazu, dass es halt auch deine Gesundheit schadet und wenn du deinen Körper liebst, dann lass mal das Zeug einfach mal weg. Der Grund, warum du Brot, Getreidesachen, Getreideprodukte, wie zum Beispiel auch Gebäcke und Kuchen darunter auch fallen oder auch Reis weglassen solltest, ist es einfach dadurch, dass sie halt zum Beispiel sehr trocken sind, deinen Körper übersäuern und auch verschleimen. Vor allem bei den Sachen, dass sie halt sehr trocken sind, ist einfach der Punkt, dass der Körper zu 75% aus Wasser besteht. Und da ist einfach Rat zum, dass man halt Sachen, Lebensmittel, Essen zu sich nimmt, was halt mindestens 75% an Wasser hat, wenn nicht... Und das Problem halt im Allgemeinen ist, wenn man halt zu sehr trockene Sachen ist und viele Leute essen halt sehr trocken, weil durch das Kochen wird ja das ganze Wasser verdampft zum Beispiel, dass halt dadurch einfach die Menschen zusätzlich Wasser trinken müssen zu ihrem Essen, weil wenn das Zeug zu trocken ist, ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal ein trockenes Stück Fleisch irgendwie bekommt oder das zu lange im Backofen war, du kaufst es erstens viel schlechter, du kannst, weil der Speichel sofort aufgesogen wird von den Sachen, also das Runterschlucken ist auch dann nochmal das Problem und das liegt dann auch ein bisschen quer am Magen, ist auch ziemlich schwer verdaulich und da ist ja dann auch das Problem. Einerseits ist es schon schwer verdaulich, das heißt, der Körper braucht da viel mehr Energie, um das halt zu verdauen und du wirst halt dann auch gezwungen sein, wenn du einen trockenen Mund hast, du bekommst es ja kaum runter, dass du halt nochmal zusätzlich was trinkst. Und dieses zusätzliche Trinken führt einfach nur noch dazu, dass du dann deine Magensäure noch zusätzlich verdünnst und deine Verdauung nochmal zusätzlich schlechter wird, das heißt, die Verdauung ist nicht optimal und dann ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Fall, dass dann irgendwelche Rückstände im Darm oder im Körper zurückbleiben wegen dieser unvollständigen Verdauung auch. Schaut man sich das Essverhalten von den Menschen an, beziehungsweise was sie sich eigentlich alles zuführen und analysiert immer das ganz genau, wird man halt auch schnell merken, dass halt die Leute sehr viel trockene Sachen zu sich nehmen, beziehungsweise Lebensmittel, Sachen, Gewürze, die halt kein Wasser spenden, wahrscheinlich auch noch Wasser entziehen, also zum Beispiel Öle liefern kein Wasser, Fette oder auch Salz, das entzieht zum Beispiel dem Körper Wasser, auch Gewürze, verursachen auch mehr oder weniger auch Probleme und da muss man auch dementsprechend halt aufpassen und gucken, auch Käse hat dann auch zum Beispiel so ein Wassergehalt, je nachdem welche Sorte man hat, von 58 bis 73 Prozent und die meisten Leute essen, haben ja nicht so diese, sagen wir mal, Rohkostlebensweise, beziehungsweise einen hohen Rohkostanteil oder essen sehr viel Obst und Gemüse, wo halt dann reines destilliertes Wasser, wie es halt in der Natur vorkommt, was auch für unseren Körper am besten ist, so 75 bis 95 Prozent auch vorkommt und das ist halt natürlich das Optimalste. Von daher würde ich aus meiner Sicht jetzt so sagen, dass halt sehr viele Leute, die halt nicht immer nur Wasser trinken, sondern auch Softdrinks und sowas, sagen wir mal, chronisch dehydriert sind. Weitere Punkte neben der Tatsache, dass diese Lebensmittel einen niedrigen Wassergehalt haben und deshalb auch nochmal sozusagen schwer zu verdauen sind, sind halt einfach die Tatsache, dass viele der Sachen auch übersäuern, besonders auch Getreide, der gehört auch dazu, was halt für eine Übersäuerung im Körper sorgt und das Milieu ist entscheidend für Krankheiten, also in einem basischen Milieu können keine Krankheiten entstehen, in einem sauren Milieu schon und das verursacht zum Beispiel auch sehr viele Getreideprodukte oder auch Gluten und die produzieren auch zusätzlich nochmal Schleim. Reis ist auch ein sehr starker Schleimbilder, wissen auch die wenigsten, also ich erachte es zum Beispiel nicht als gesund an. Gluten zum Beispiel in dem Getreide belastet beziehungsweise schädigt, das Leaky Gut-Syndrom, das heißt, dass er dann nochmal diese Darmdurchlässigkeit hat und dann über den Darmdetoxin direkt in den Blutkreis, Raissaft zum Beispiel kommen können. Ich würde es auch nicht unterschätzen, diese Übersäuerung, weil dadurch beruhen nach den Lehren auch von Arnold Ehren und wie ich es ja auch so erfahren habe, alle Krankheiten und dazu gehört auch unreine Hautpickel, schlechte Zähne, Alterungen, chronische Krankheiten, also die Liste ist auch wirklich lang und ich kenne auch sehr viele Leute, die dann auch Getreide besonders auf Gluten verzichtet haben und so halt ihre Gesundheit, ihre Haut auch wieder besser geworden ist und das sollte man auch wirklich nicht unterschätzen, von daher auch mein Tipp, also, dass man halt solche Getreideprodukte von vornherein weglassen soll, man soll halt sehr wasserhaltig überwiegend auch den Tag essen, also wenn man jetzt zum Beispiel Trockenfrüchte isst oder Nüsse oder solche Sachen, dass man halt die halt auch vorher einweicht, ist sehr wichtig, dass man halt ein bisschen dann Feuchtigkeit auch zusätzlich gewinnt, nicht vom Getreide wegkommt oder beziehungsweise vom Brot, dann schaut man, dass man sich zum Beispiel so fermentiertes Brot macht, wie zum Beispiel dieses Essena-Brot oder auch Rohkost-Cracker, also die Rohkost aber schaut auch, dass man halt dann dementsprechend dehydriert ist oder halt schaut, dass der Körper gut dehydriert ist, wenn man am Tag halt genug Wasser trinkt zum Beispiel oder auch, wie ich das halt mache, ich trinke gar kein Wasser mehr, dass man halt mit der Rohkost sehr Gurke, Tomate zum Beispiel ist, also sehr wasserhaltig, auch Früchte zu sich nimmt oder auch Säfte, frisch gepresster Säfte oder Smoothies zu sich nimmt und halt so da schaut, dass man sein Wassergehalt klarkommt, damit der Körper auch Altlasten, die halt im Darm zum Beispiel stecken bleibt, befeuchten kann und so auch wieder ausscheiden kann, also das ist auch sehr empfehlenswert, dass da auch wieder auch der Wasserfluss im Körper wieder normal ist, wenn man da auch dementsprechend besser entgiften kann. Jetzt sind wir fertig für heute, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich auch hilft, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben, kommentiert was rein und abonniert auch kostenlos den Kanal, hilft einfach für mich und den Algorithmus dann nochmal zusätzlich meine Videos weiter zu verbreiten, damit sich auch meine Arbeit hier lohnt, zum Beispiel jetzt hier draußen in der Kälte die Videos zu drehen, ist auch eine ziemliche Belastung auch für mich, auch sehr aufwendig, von daher, ich mache es auch sehr gerne für euch, auch diese Aufklärung, meine Arbeit dahinter, lasst es mich einfach gerne wissen, so ein kleines Geschenk sozusagen an mich zurück, damit ich weiß, was euch gefällt und dass euch meine Inhalte auch taugen. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei www.permakulturprojektpeace.de, da findet ihr auch alles Mögliche, meine Kurse, meine Coachingsangebote zur schleimfreien Heilkost, alles Mögliche, Saatgutliste, alles, was ich über das Projekt auch anbiete, was ich denn alles so mache, auch gerne vorbeischauen oder auch zum Beispiel auf meine Social Media und Telegram Gruppen auch mal vorbeischauen, da habe ich auch eine Arbeitsgruppe zur schleimfreien Heilkost, wo wir uns gegenseitig unterstützen, da könnt ihr mich auch gerne per E-Mail anschreiben, wenn ihr da auch gerne da rein möchtet und weitere Informationen natürlich auch auf meiner Webseite, wie gesagt, und alles unten, die ganzen Links in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich den Schatten habe und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Fies-Projekt. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.